Immunsystem, Long-Covid, Cybersicherheit Im Alltag, bei der Cybersicherheit oder der persönlichen Gesundheit geht es mehr um konsequente Umsetzung, weniger um die Mittel. Vieles steht zur Verfügung, aber wie im hektischen Alltag integrieren. Mit entsprechender Umstellung. Gemäß Studien und Mehrheitsmeinung benötige man vielfach hochwertigere und weniger potente Medizin. Die Praxis sieht anders aus, weil die Einschätzungsfragen komplex und in der zur Verfügung stehenden Zeit oder selbst mit einem vernünftigen Budget kaum lösbar sind. Mehr Interesse seitens der Gesellschaft und verbesserter Wissensstand ist dabei das Thema. Gesundheitskosten könnten wesentlich gesenkt und die Krankenkassen entlastet werden. Voraussetzung ist eine wahrheitsgetreue Information in Kombination mit einer ganzheitlichen Betrachtung. Ernährung und vegane Lebensweise oder weniger konsumtierischer Produkte sowie Bewegung und vertretbarer Sport sind wichtige Faktoren. An Universitäten, vor allem im medizinischen Bereich, sollte das Wachstum finanzieller sowie wirtschaftlicher Interessen, Beispiel Generika, Big Pharma, nicht weiter derart gefördert werden. So würde es politisch einfacher, etwas zu bewegen. Mehrwertsteuer in der Gesundheitsbranche, weniger Abhängigkeiten von Versicherungen und Banken wären beschleunigende Faktoren um die Schweiz, Europa, die ganze westliche Welt nachweislich in eine gesündere und nachhaltigere Richtung zu lenken. Mit entsprechender Aufklärung wäre mit Unterstützung der Bevölkerung zu rechnen. Entschleunigung, weniger Abhängigkeiten, Grundeinkommen nach der Lehre von Milton Friedman und anderen wird viele Ökonomen überzeugen. Ökonomie hat globalen Einfluss. Der Wissensstand verbessert sich laufend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020